Ciao! Und ich hatte jetzt ruhig, das Bock ist aufzunehmen. Wir werden jetzt noch eine halbe Minute weiter warten. Ja. Okay. Eine halbe Minute steht gerade im Chat. Und, ähm, würde ich sagen, dass wir dann loslegen. Ähm, nein. Ja, also eine halbe Minute warten ist ja eigentlich ziemlich schnell, dann muss ich meinen Scheiß gelabern. Und so. Tut mir leid, wenn ich mich durch das Mikroscheiße anhöre. Ich denke, ich brauche mir halt irgendwann mal wieder Minus. Obwohl es ja eigentlich schon letztlich gut ist. Wenn man es mal so bedenkt. Okay, der ist nicht drin. Ich bin ein Holzblock. Ja, ein Woodblock. Ja, okay, wo könnte ich mich jetzt harnen? Also ein Wooden Plank. Hm. Probiert mich das sehr gut machen. Äh. Ja, toll. Das bringt mir ja alles nichts verdammt, man. Ah. Shit. Äh. Scheiße. Wo könnte ich mich zahnen? Ich bin gerade noch mal ganz voller Not. Ich weiß nicht warum. Okay. Ich denke mal, ich verstecke hier recht erstmal. Oh fuck, wenn der hochkommt. Scheiße man. Äh. Äh. Versteck, 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 versteck. Das sieht mich nicht. Gut. Na. Wirklich. Ich hab keine Ahnung, wo ich hin kann. Bin ich da als Holzblock bitte schon sicher? Fuck, das seh ich doch schon als der Spieler. Nein, der hat mich gesehen. Fuck. So. Im Übrigen hab ich keinen GVP-Scan. Ich hab nur einfach nur so ein Prober gemacht. Da ist gleich der nächste, Alter. Ähm. Könnte ich nicht wahrnehmen. Ich bin noch Holzblock. So. Ja, okay. Ehrlich. Noch 210 Sekunden, dann gewinnen wir. 17 gibt's noch von uns. Okay. Könnten wir eigentlich schaffen. Es kommen im Übrigen vielleicht auch wieder mal Videos von Play4Free. Ich hatte ja auf meinem alten Kanal Videos davon hochgeladen. Ich bin nur ein Holzblock. Ja. Ich hatte ja auf meinem alten Kanal ein paar Videos davon hochgeladen. Ich war damals auch um einiges besser, weil ich da auch mit einem besseren Freunden gezogen habe. Also mit einem, ähm, naja, damals meinem besten Freund heute. Und jetzt zog ich's eventuell alleine, ich weiß es nicht. Mal schauen. Mit einem neuen Account. Ich könnte auch den alten verwenden. Wie einfach nicht drauf kommen, dass ich das hier bin. Aber okay. Ist scheinbar schlecht. Ich schätz mal, ich werde zwei Runden davon auch hin, ich weiß es nicht. Zwölf Stück gibt's noch. Dann haben wir noch Zeit, steht hier übrigens Scheiße. Ich glaub, die entdecken mich aber eh nicht. 11 Stück noch. Oh ne. Also 10 auf die ich mich verlassen kann. 11 Stück noch. Oh ne. Also 10 auf die ich mich verlassen kann. Mann, wie sagen wir noch, Mann. Oh. Oh. Sorry, dass ich so ungeduldig bin, aber ich will mal gewinnen. Oh oh. 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 Ich krieg's alleine nicht. 10 Stück noch. Nein. Oh nein. Oh Gott. Das schaffen wir niemals. 8. Okay, das ist mal am Arsch. 90 Sekunden. 1,5 Minuten. Wirklich? Oh Gott, so 7. Und. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wie wir das schaffen sollen. Ach, warte mal. Die XP sollen... Ach. Die XP Anzeige ist ein Timer. Jetzt krieg ich die. 6 Stück noch. 9. Noch eine Minute. Komm, eine Minute solltest du sie auch noch durch. Schon. Zeit noch schneller. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Für das Sieghaus. Ja. 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 Mann. Sie holen ihn die Kissentane. Leider hat er gerade einer sagen opened the chips. Drei Stück noch. Alter. Gemeinsam. Aber okay. Nur noch 30 Sekunden. Oh, bitte. Oh nein. Dad. Die erkennen alle nicht. Ja. Oh, bitte. Jetzt könnte ich ja nicht schon wegrennen, aber ich mach's nicht. We won. Nukes. We won't. We know her. 76 Token. So, ja, cool. Ah, herrlich. Ah, okay, dann würde ich sagen, es geht sowieso jetzt weiter mit der nächsten Runde. Wir können doch gleich mal einen Geinsdauer sehen, wenn man spawnt, wie es jetzt auch aussieht. Mhm. So, okay. Hier muss ich jetzt sein, okay. Wenn ihr den Kompass benutzt, dann könnt ihr auch die Sachen eben nehmen. Ohne den Geinsdauer hab ich auch noch nicht. Ich glaub, ich könnt ja mal schauen. Also, mit der Watt-Kit machen? Ja, okay, sieht gut aus. Ich hab keine Ahnung, was man hier machen muss, also... Joa. Ähm. Alter, nice gemacht. Trotzdem keine Ahnung, was man hier machen muss. Da muss ich noch warten, anderthalb Minuten. Ja, okay, das dauert. Okay. 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 So, wir sind jetzt gerade eben drauf, bis wir zehn. Abends. Das ist eigentlich ziemlich viel, finde ich. Ich weiß noch nie, ob wir selber auf den 6000 Spieler sind. Noch nie. Und das Beste ist ja, dass selber lag zu probieren. Und wenn er mal lag, dann dauert's auch nicht lang. So, 30 Sekunden noch. Noe. Alter, wirklich. Diese Premium-Loops nerven mich irgendwie. Okay. Ich find's irgendwie ein bisschen unfair gegenüber Online-Spielern, wenn man gerade eben kurz davor ist zu starten, dann kommt noch ein Premium-Member und hier fliegt raus, ey. Wow. Das kann ich hier wieder warten. Ja, okay. Okay. Hier. Der Server hat gerade eben restarted. Jetzt restarted der. Okay. Da fang ich hier rein. Ihr müsst einfach nur Rechtsklick gedrückt halten, wenn sowas hier kommt, weil damit der Server gerade irgendwie restartet. Und ich bin nicht drin. Ja, das ist eine Sache des Glücks auf jeden Fall. Also, da hab ich keine Zweifel. Komm schon, komm schon. Ja, Mann. Jetzt kommt gleich wieder ein Premium-Member. Ich glaub, diesmal cut ich, aber ich hab keinen Bock, dass das Video jetzt wieder zu lang mit den Händen und so. Also, bis gleich. Eigentlich. So, es geht los. Und, äh, lol. Das ist wieder das mit den Blöcken. Ach, Mensch. Ich glaub, das... Oh, ja. Okay. Das ist die Map, die ich gut kann. Normalerweise. Funktioniert dieses Versteck hier eigentlich immer. Ja, na was? Jetzt noch. Okay. Ja. Okay. Jetzt kommt er. Viel Spaß, Schlaf. Jetzt wird sehen wir dann noch. Oha. 300 Sekunden knapp. Da ist immer noch einer rum. Alles gut. Oh nein. Oh nein. Also, ich muss sagen, äh, um ein Versteck zu finden und sich dann auch erstmal zu tarn mit diesen 5 Sekunden, das ist schon ziemlich knapp, muss ich ehrlich sagen. Das ist sicher ein Leuchtfeuer. 18 Stück noch. 17 mit mir. Es wird wahrscheinlich auch Left 4 Dead kommen und GTA 4, wenn ich einfach nicht durchgezockt hab. Also, GTA 4 hat so ein bisschen scheiße geworden. Ich weiß nicht. Let's Playen will ich's ja nicht, weil... GTA 4 ist relativ umfangreich. Außerdem gibt's ja, denke ich, schon genug Let's Plays. Abwissen davon hat Peter von Pete's Beat auch nicht gebläht. 210. Ne, ich fand das LP von Peter eigentlich ziemlich gut. Ich hab's mir bis zum Ende angeschaut. Ja, sicher. Jetzt wird der verfolgt nochmal. Der wird niemals einen Platz finden. Wenn man verfolgt wird, ist man eigentlich schon am Arsch. Nein. 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 Wie jetzt nicht blickt? Scheiße. Ich bin am Arsch. Ah, was geht denn? Nein, nein, nein. Ich bin kein Block. Okay. Dann wird es jetzt scheinbar aus der Sicht eines, ähm, Panthers, soll ich jetzt mal sehen. Also eines Seekers. Nein, Seeker. Okay. So, ich... Geh jetzt ab. Keiner wird mehr hinkommen. Was ist denn alles normale Blöcke? Das weiß ich ja. Hm. Hm. Na komm. Wo ist hier jemand? Man kann nicht zufällig rausgehen. Nein. Okay. Äh... Sieben Stück noch. Sechs Stück noch. Also es ist schon relativ schwer, die zu finden. Muss ich ehrlich zugeben. Ähm. Ich bin besser, wenn ich jemand bin, der sich versteckt hat. Ja. Sag mal. Ja. Ich weiß, dass hier in der Nähe jemand ist. Was? Dann steckt noch. Oh, das wird kein Mal. Okay. Hier unten verstecken sich oft welche. Aber scheinbar nicht dieses Mal. Einer noch. Oha. Ich finde ihn. Null. Na, okay. Überleid, dass ich so ein Noob bin. In Sachen, ähm, Kannte sein. Aber das war's dann auch mal mit dieser Aufnahme. Und mit diesem Game Ding. Nein, okay. Äh, jedenfalls war's das jetzt hiermit. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ihr wieder mit rein schaut. Also würd ich dir mal sagen.